Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Ansagevideo von Almfungi. Ja, ich wollte eine kleine Ansage machen und zwar, dass in nächster Zeit auf meinem Kanal wahrscheinlich eher weniger Videos kommen werden, weil... ...nur für die nächste Woche oder so, oder für die nächsten paar Tage. Weil ich eben ein bisschen krank bin. Man hört es vielleicht, ich weiß es nicht. Ich bin heiser, was ich jetzt auch schon ein bisschen gelegt habe zum Glück. Aber ich bin heiser und ich habe Husten und Schnupfen. Und ich wollte euch das nicht antun, dass ich da irgendwelche Commentaries oder irgendwelche Let's Plays mache. Wo ich dann ins Mikro huste oder die ganze Zeit meine Nase hochziehe oder so ein Scheiß, ne. Das ist vielleicht auch für euch nicht so geil und ich bin dann auch ein bisschen lustlos, wenn ich krank bin. Oder höre mich auf jeden Fall so an. Oh fuck, ey. Und, ja. Deswegen, nur dass ihr nicht da irgendwie denkt, dass ich da inaktiv bin oder so. Ne, so ist es nicht. Ich will schon Videos bringen, nur ich will eben so keine Videos bringen. Ich will nicht so heiser und verschnupft so ins Mikro röcheln. Ich hoffe, ihr versteht das. Und, dass ihr nicht zu angepisst seid oder so. Und, ja. Ich wollte das einfach nur mal ansagen. Damit ihr da nichts Falsches denkt oder so von mir, ne. Okay. Ja. Ich würde sagen, das war es erstmal von mir. Und, ja. Dann würde ich sagen, ich hoffe, ich werde bald wieder gesund und kann neue Videos machen. In dem Sinne, haut da rein, Leute. Euer Fungi. Peace. Peace. Peace.